Hallo und herzlich willkommen bei Virtus und einer neuen Folge Anno1800, dank dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich war kurzfristig mal im Kriegen verwickelt, das hat sich hoffentlich jetzt wieder gebessert, deswegen muss ich mal kurz hier meine Armee ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Oh, du siehst auch richtig mitgenommen aus, du kommst aber erstmal wieder hier zurück. Was könnt ihr? Ihr könnt gar nichts. So, jetzt gucken wir mal hier, wie es aussieht. Strom, aber er kommt. Aber er kommt. Vielleicht nochmal, man kann sich ausschalten. Die Strecken ist halt sehr lang hier, das muss man ja auch dazu geben. Gott, hört es da auch mit auf? Nicht so voll. Anscheinend nicht. Ich proben bedingt mehr. Mehr davon. Damit hier der Strom am Laufen ist. Ich brauche dieses scheiß Schiff, bevor die Kohle nämlich zur Neige geht. Wo ist hier mein Boot? Ich habe keine Ahnung, wo der mich hinschicken würde. Ich habe es nicht gefunden bis jetzt. Ja, Krieg. Krieg ist nie schön. Ich brauche diese Boote. Unbedingt diese scheiß Boote. Oh, jetzt hau ich jetzt auch noch da dran. Okay, der wird repariert. Das ist schon mal gut. Hier haben wir eine Handvoll drauf. So. Wie sieht es jetzt mit diesen Waren aus? Das sieht auch noch ganz gut aus. Na, hier fast noch mal. Ein davon dran. So. Fälle 0. Das ist noch da. Sprich, ich brauche mehr Fälle. Die bekommen wir von hier. Ich habe schon ohne Ende, ne? Kann man natürlich nochmal erweitern. So muss das eigentlich sein. Oh, schau mal hier die Verbindung. So, jetzt seid ihr auch angeschlossen. Ich schau noch mehr raus. So, 40 neue. Ich schau mir die Kinder an und frag dich mal weiter. So. Die kriegen jetzt auch langsam mehr Strom. Ich hoffe, die kommen auch noch gut hinterher. Müssen wir im Ohr behalten. Oh ja, das läuft gut. Schiff unter Beschuss. So, wo sind meine ganzen... Ja, Entschuldigung. So, da haben wir eins versteckt. Du kommst erstmal hier rüber. Sind unterwegs. Segel setzen. Reparatur. Reparaturig. So, da. Die Miese ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so stark wie vorher. Ich glaube, der Markt kommt ganz schnell wieder. Jetzt haben wir hier ein paar Produkte. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Alle Puktionsgeholz. 15. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. An der vorgebenden Stelle. Hier ist kein Schiff unter Beschuss. Hier ist keine... Worauf wartest du? Ich würde der gerne. Na gut, wenn der hier ist, hat er mir vielleicht eine zu zeigen. Ähm... Diplomatie. Wie sieht's denn kriegtechnisch aus? So, muss sein. So, muss sein. Ist es nicht schön, wenn Menschen einfach nur nett zueinander sind? Neue Befehle! So, kann ich ein besseres Echolog bohren? Könnte ich rein theoretisch. Schiff unter Beschuss. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Kann ich nicht bauen. Okay. Okay. Komm, holen wir uns einfach mal das Bestecholot. Wo kann ich das von hier aus? Auch mit dem Schiff machen? Warte mal. Warte mal. Also hier von 10. Das von 10. Das von 10. Schiff unter Beschuss. Ich weiß nicht, welches er wollte. Guck mal gleich. Die Insel eines Konkurrenten wird überlagert. So. Der geht full auf. Der geht ein bisschen runter. weiter. Keine Macht ist legitim, außer der unbändigen Macht der Straße. Kommt langsam alles. Wo ist mein Schiff? Ich will mein fucking Boot. Schiff unter Beschuss. Damit alle den Strom kriegen. Warum habe ich immer noch so viel Miese? Verstehe ich nicht. Na hier. Die Hoffnung, dass das dadurch ein bisschen besser ist. Oh, oh, oh. Das wird eng. Nur Handelsschiff. Handelsschiff. Ein neuer Auftrag. So. Bereit für den Einsatz. Ich verkauf mal einfach nur ein bisschen. Oh, mir juckt die Nase gerade. Eine Sekunde. Zwei Teile für mich. Uiuiui. Uiuiui. So. Und zurück. Setz die Segel. Da ist ein Boot. Da ist ein scheiß Minenbuch. Ach ne, das wartet. connotiert. Worauf auch immer. Da ist eh nichts drin. Maschinen laufen an. Echt warten, bis du voll bist. Echt mal so. Die sind auch wieder runtergegangen, das ist manchmal so merkwürdig, muss ich auch mal zugeben. So, Entschuldigung, übrigens meine Nase ist gerade komplett dicht, wenn ich das sehr merkwürdig anhöre. So, wo bleibt mein Boot? Ah, ihr macht das schon. So, tauschen wir mal durch. Geht zu weit weg. Auf dem ich dann halt. Weißt du, das nicht austauschen? Hä? Ach so, aber ich krieg das ja hier nicht raus. Was ein Scheiß. Da ist mein Boot, na Gott sei Dank. Ab in die neue Welt. Hier, auf der Hinsen. Natürlich schon vorbereitet. Ups. Alles da. Schiff unter Beschuss. So. Schiff unter Beschuss. Ab hoch. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Schiff unter Beschuss. Passt. Aber man ja nie weiß, wie schnell die sind. So, die sind aber auf jeden Fall auch bei langen Geschossen, ne? Er passt. Schiff unter Beschuss. Schau mal auf. Schiff unter Beschuss. Das zweite kommt auch gleich. Alles gut. Besetzt die Station. Übrigens, was wir jetzt hier brauchen, ist das hier. Damit hier auch ein bisschen was gelagert werden kann. So, gut, wir müssen hier checken. Kommt. Geht. Das heißt, wir brauchen hier, was ist das die Insel? Mehr Baumwolle. Und zwar zu gleichen Zügen. Ja, den werde ich mir wahrscheinlich nicht krallen, weil ich habe schon festgestellt, dass ich da nichts ran kriege. Guckt euch das mal an. Voll mies. So. Sehr gut. Muss sein. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Gucken wir uns gleich mal an, was sie gemacht haben. Oh ja, die Trümmer sind enorm. Warum? Okay, langsamer, sicher, kriegen wir das hin. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Mitarbeiter sind noch da. Passt eigentlich voll rein. Jawohl. Jawohl. Das hat nicht so ganz funktioniert. Du bist nur ein weiterer Sargnagel. Sorry. Hat das nicht eben doch komplett gebaut? Ich habe keine Ahnung. So. Schiff und der Beschuss. Das ist ein Beschieße, gehört auch nie auf. Ne? So. Da haben wir das Thema schon mal. Weitestgehens geledigt. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Ölschiff. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Und dann das hier. Leider kann man immer nur... Läuft. Äh, nur ein Ölhafen pro Region. Warum? Pro Insel. Deswegen kann ich nur eine Anlegestelle machen. Aber gut. Können wir jetzt nicht ändern. Ich sage danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.